der ober sniper wieder mit seiner sniper oh mann spider copper ich treffe gar nichts machen der regen hier draußen in der mit der freiheit der regnet wirklich ich habe ihn ja extra dich noch abschließen lassen bevor ich ihn dann erwischt habe und das nämlich immer lustig so zu sehen wie der hink steht ich mache jetzt so viele abschüsse bis ich die raps freigeschaltet erwartet aber ich bin hochmotiviert wo sind die gegner hin nein ich hab dich doch schon vorgesehen das habe ich recht da ein wächter wo stelle ich nimmt am besten hin hier in der map jetzt habe ich ihnen zeigen falsch rum hingestellt noch ollie was geht es mir geht es gleich noch mal warum man jetzt hat er mich genau das ist gerade passiert rechter in die hand genommen typ kommt rein mit der schroth und blast mir mein schädel weg blasten ja aber blasen nicht ja ich habe wieder vorräte aber diesmal mache ich das geschickter was habe ich diesmal drohne drohne wie gnädig mehr messer nicht genau ich habe es nicht anders verdient cool